Warum stehen wir heute auf diesem abgelegenen Platz? Weil hinter uns in diesem Gebäude die Open Society, die Gesellschaft von George Soros, ihren neuen Sitz eingerichtet hat, die das Ziel hat, weiterhin eine multikulturelle Gesellschaft in ganz Europa zu fördern. Er verwendet sein Geld nicht nur, indem er sogenannte NGOs und andere Institutionen finanziert, er verwendet sein Geld auch ganz gezielt dafür, sich in Staaten einzumischen und souveräne Staaten zu destabilisieren. Und wer die Migration finanziell als Milliardär fördert, der trägt natürlich auch eine Mitverantwortung. An den Toten. Lassen Sie sich nicht länger von denen verschaukeln, die Milliarden verstreuen, nicht nur von Soros, sondern auch unsere Milliarden, die Sie als Steuerzahler Tag für Tag ausgeben und verdienen müssen. Und diese Steuern, die Sie bezahlen an diesen Staat, die werden dafür ausgegeben, dass letztendlich noch mehr Millionen Fremde ihrer Heimat beraubt werden und nach Deutschland kommen. An diesen Milliarden klebt Blut.